Hotelier ist aufgepasst! Drei Dinge, auf die Sie bei Ihrer Webseite achten sollten. Stellen Sie sich mal vor, ein Edeljuwelier verkauft seinen Schmuck in einem Laden, der mit kunterbunten Farben und Regenbogen geschmückt ist. Passt nicht, oder? Wir zeigen Ihnen drei Aspekte, die besonders wichtig sind, wenn Ihr Angebot mit Ihrer Webseite stimmig sein soll. Erstens Absicht. Überlegen Sie genau, weshalb Menschen Ihre Webseite besuchen. Wollen Sie sich nur erkundigen oder möchten Sie tatsächlich ein Zimmer buchen? Die Inhalte auf Ihrer Webseite sollten daher dem Zweck entsprechen. Zweitens Markenidentität. Nutzen Sie ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Plattformen hinweg. Halten Sie Ihre starke Markenidentität aufrecht, damit sich der Kunde wohlfühlt. Drittens Vermarktung. Wie fühlt sich ein Nutzer eigentlich, wenn er Ihre Webseite besucht? Wie wird er angesprochen? Passen Sie alle Inhalte auf Ihrer Webseite so an, dass der Nutzer stets zu einem Wunschergebnis geführt wird. Sie sehen also, wenn Sie auf Ihrer Webseite wie ein Reiseführer agieren, können Sie die Nutzer mit entsprechenden Inhalten zu einer Buchung lotsen. Und wie sieht das mit Ihrer Webseite aus? Folgen Sie digital hoch fünf, wenn Sie mehr erfahren möchten. Wir digitalisieren auch e-Hotel.